Sie sind hier, vergrößern, verkleinern Tom Kühnhackel L. trug entscheidend zum Sieg gegen Pittsburgh bei Urheberrecht Getty Images Die New York Islanders machen in den Playoffs der NHL einen großen Schritt in Richtung Viertelfinale Gegen die Pittsburgh Penguins trägt Tom Kühnhackel zum Sieg bei Der zweimalige Stanley Cup-Sieger Tom Kühnhackel hat seinen ersten Scorer-Punkt in den laufenden Playoffs der NHL verbucht und steht mit den New York Islanders vor dem Einzug ins Viertelfinale Beim 4 zu 1 bei seinem früheren Klub Pittsburgh Penguins bereitete Kühnhackel das 2 zu 1 vor Die Islanders führen in der Best-of-7-Serie 3 zu 0, Kühnhackel, 27, 2016 und 2017 NHL Champion mit Pittsburgh, kann mit den Islanders am Dienstag Ortszeit das Weiterkommen perfekt machen Torhüter Thomas Greiss saß am Sonntag auf der Bank, Verteidiger Dennis Seidenberg stand nicht im Aufgebot Torhüter Thomas Greiss saß am Sonntag auf der Bank, Verteidiger Dennis Seidenberg